Willkommen! Einkaufen mit Taki. Was kauft ein Profi? Ich brauche Brot. Taki, du hast viel Hunger? Ja, viel Hunger. Mein Baby, ne? Dann war klar, dass du so zum Treffen kommst. Das war dein Überraschung. Was hast du geschrieben? Wie soll der mitbringen? Der Rev, der kommt immer näher und näher. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, ja, ja. Jungs, ich denke, die Kabine ist ready. Kommt! Ey. Junge, du hast doch gesagt, das ist meine. Oh, sorry. Wo sind wir? Ja, ja, es ist wieder Sonntags und wir sind wieder einkaufen auf der Köl, weil da kann mir einkaufen gehen. Und sonst ist mein Tag sehr schön und so. Und bei dir? Jetzt haben wir es wirklich geschafft. Ja, ja, zu viert, ne? Da fehlt doch unser kleiner Sohn. Der nennt sich Patti. Und dann haben wir es wirklich tatsächlich geschafft. Letzter Tag. Und Karin sieht mal wieder nichts jetzt hier. Yeah. Herzlich willkommen auf ein neues. Deine Erwartungen? Ganz, ganz viele Dalle auf uns. Das ist natürlich jetzt crazy, was ihr hier abgeht. Na ja, siehst du mal. Ey, überschön für Urlaub. Bisschen Schock. Ey, ich glaube, die suchen eher für den Kollegen hier ein Kleid. Oh. Oh. Ich mach euch da los! Ich mach da mal los! Jetzt geht's nach Mallorca! Uns wird beim Zuschauen schwindelig! Die Mädels sind ja gerade da drauf und wir haben denen jetzt noch mal neue Tickets geholt für Runde 3! Wie haben sie da geredet? Ich hab alles gesehen! Noch einmal! Noch einmal! Zweite Runde! Viel Erfolg! Hoffentlich landet ihr! Schlimm eine Frau zu sein, ne? Ja! Karin, bist du noch ansprechbar? Alle gönnen sich was! Nur ich nicht! Ich hab heute noch gar nichts vergessen! Jetzt wird's endlich wieder Zeit! Kirmes gemacht! Back to work! Ja, work! Cola? Wasser! Aqua! Wer viel ist, der muss auch was leisten, ne? Ja! Harte Vorbereitungen, selbst die Kleinsten machen mit! Aber Papa Rafi, der bleibt sich treu! Der macht nur die Übungen, die wichtig sind! Nix! Nix! Lieber Kirmes oder Training? Kirmes! Wir sitzen gerade hier im Suchtkreis und reden über unsere Probleme! Heute haben wir neue Gäste beim Training, die sind auch brutal kaputt! Wasted as fuck! Wie war's? Dem geht's gar nicht gut! Der pennt im Schuh drinnen! Und der Kollege, der träumt gerade von den sieben Zwergen! Guten Morgen! Wenn euch das Video gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da! Kommentiert! Folgt mir gerne auf Instagram! Und ich muss jetzt wieder los zum Training! Fertig? Ja, gut! Fertig!